Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Was geht's? Im Juli sorgen Sie für Gerechtigkeit. Es ist höchste Zeit, wir müssen sofort was unternehmen. Unsere Helden auf das Viertel. So Jungs, es kann losgehen. Wo? Robert Mitchum, Rachel und der Fremde. John Wayne, Blut am Fargo River. Clayton Moore, der weiße Reiter. George Martin, Operation Typhoon. Joachim Fuchsberger, das Mädchen von Hongkong. Louis de Finesse, Fantomas und Oscar hat die Hosen voll. Gérard Depardieu, der Graf von Monte Cristo. Spezialeinheit auf hoher See, Sea Patrol. Ist das Ihr Ernst? Ja, Sie haben richtig gehört. Ich freue mich ehrlich, Sie wieder zu sehen. Die Highlights im Juli. Auf das Vierte.